Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen vom Sport- und Vitalhotel Wastelhof in der Wildschönau. Wir vom Wastelhof haben uns spezialisiert auf Pferde- und Reitsport im Stall und zu unserer Familie gehören auch die 20 Pferde, die von unserem Reitlehrerteam bestens betreut werden. Wir bieten auch natürlich die Reiter vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Wir bieten für alle Pferde-Fans und Reit-Fans fast alles. Vom schönen Ausritt in die Berge, zum Beispiel auch zum Zauberwinkel, wo der neue Klettergarten ist. Ja, und natürlich haben wir auch für die Kinder viel. Ponys, Ponyspiele, Fackelwanderungen, alles Mögliche, was groß und klein begeistert. Das ist auch ein Schlitzohr, wenn er merkt, wenn er merkt, Whisky. 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 Er ist schon geritten. Kühlt er jetzt aus. Dieser halber Varana, den haben wir von... ...vor oben. Schau. Ich würde dich erstmal laufen lassen. Also, ich muss aufwenden, aber das merken... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.